denn 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 so halli hallo und herzlich willkommen ja das war jetzt ein ganz ganz komisches intro und heute kommt auch ein ganz ganz komisches video mit einem ganz ganz komischen dialekt aus der schweiz ja wenn ihr etwas von diesem dialekt versteht leute dann seid ihr wirklich sprachgenies und dann würde ich sagen kommt jetzt gleich das video was ich mit dem brum schon aufgenommen habe und dann würde ich sagen habt viel spaß mit dem video wenn ihr etwas versteht schreibt es in die kommentare und ja dann würde ich sagen bis jetzt gleich heiss halli hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute haben wir einen ganz ganz speziellen gast dabei ja ja heute reden wir ja wie ihr seht schon vorher heute einfach mal auf schweizerdeutsch also auf unserem komischsten schweizerdeutsch schweizerdeutsch natürlich eischkot also da kennen wir gar nicht so ja ich habe ein wenig gutes verstecken ich weiss es nicht was könnte ich noch sein ich bin ein blumentopf du bist doch einer von blumentöpfer ich bin einer von blumentöpfer ah gleichfalls ja ich habe diese frühe runde überwärter bekommen weisst du ja 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 wir sind heute einfach seiseldeutsch unterwegs ich habe keine Ahnung ob irgendjemand von meinen abonnenten das versteht ja wahrscheinlich ein kleiner bruchteuf das ist jetzt und die lachen wahrscheinlich jetzt gerade in die Zauhöhne die anderen haben mich schon lange abgeschaltet die anderen sind schon lange schon weg die haben mich gerade abonniert und den Daumen runter gelassen das finde ich natürlich ganz nett von denen das ist schön und eben der Herr Broom ist eben auch ein Seisel ich habe eben auch ganz gut zu viel zu Deutsch reden ja hei ja hei lan zack du schau dir mein Atelier aus ich hätte schon gerade also irgend von den Hübschen bekommen eine Nachricht oder nein nein nicht von den Hübschen das Telefon au das Telefon das Telefon oh wei so eben ich bin gerade hä gibt es nur noch gegen E-Seeker? nein eben nein es gibt mehrere also der ist einfach dümmer als ja jetzt kann ich also ich gehe eigentlich auch schon wir treffen uns vor der Hütte ist gut oder? meinst du? ja ich bin mir schon was sichern sind wir schon so gefetzt? eben schon ein wenig gefetzt also eben gehen wir wir sind doch schon total trainiert mit dem mit dem öchsen Lager eben ich mache das eben eben ich bin von meinem Plätzchen fort also ich bin solid ich bin auch nicht mehr ich bin vor der Hütte vor der Hütte am Stand also mit ist der Schicker rum? wer? der Schicker? nein der ist nicht oh er kommt es sind etwa 100 Töpfchen was sind noch? der 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 auf der Steine ist ah ich weiß wirklich gerade im Sicker hinten ah du bist raus hier rum ja ich bin draussen ich bin draussen du hast gerade einen Blumentopf da bei mir gesehen es sind drei drei Blumentöpfe aber wahrscheinlich versteht jetzt oh wahrscheinlich versteht jetzt schon niemand vor der Hütte kommt er gespawnt wahrscheinlich versteht jetzt keiner mehr was wir schnurren glauben oder das hat noch niemand verstanden oh der Schicker ist draussen oh scheisse aber warte wir müssen aufpassen bist du auch vor der Hütte? ich bin jetzt unter dem Baum vor der Hütte unter dem Baum unter dem fett Baum da ah der Tannenbaum ja genau ich sehe dich ich bin hier ah der Schicker ist dort oh komm ich gehe riechen wir gönnen uns wir gönnen uns yes yes jöööööö solle Sachen das finde ich einfach es ist köstlich das ist ebis vom Schönen Schampar lustig oh Schampar lustig job fai so vielleicht wir können den Hund noch mal geböden gehen ah Ah, nein! Er ist oben da! Er ist oben da, er ist oben da, er ist oben da! Er blockt nur, er schlägt gar nicht mehr! OOOH! Oh, bist du durch, oder? Nein, nein, aber er hat mir ein paar Pfeifen mitgebracht. Ah, hätte er gerade ein paar Pfeifen mitgebracht, oder? Da, da regnet man nicht. Nein, ich mache ein bisschen, aber... Hätte er eine Wasch mitgebracht, oder? Ah, ich glaube. Ah, hier liegen. So, oh! Ich glaube, die Sikke ist oben da. Ja, ist ja, aber ich will noch ein bisschen zusammenregen. Ah, du bist noch ein bisschen am Angst haben, irgendwo in meinem Ecke. Lass mich mal, wie ging. Wo ist er jetzt? Ja, wo? Er schlägt hier, im Strasschen. Ah, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Strasschen, im Strasschen. Achtung, jetzt schlägt er hier jetzt das Grüne raus. Ah, ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ah, du bist natürlich der Beste. We are up to date. Hey, äh, ich habe vorher, ich habe vorher schon alles gegessen. Ah, keine Idee. Ah, jetzt bin ich gerade klar. Ah, ich war natürlich schon ein bisschen später. Ah, sorry. Ja, das finde ich eigentlich schon scheisse. Das ist kein Besatz. Das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade, also. Ich mache wahrscheinlich heute auch nur eine Runde ins Heidenstieg, weil wahrscheinlich wird das dann voll zu fest ein Kampf von den Leuten, die wirklich Hochdeutsch sind, die hier zugucken. Vielleicht... Ja, das sind ja auch nicht offen. Ja, das wird wahrscheinlich ein Riesenkampf für dich. Ah, ist schon um mich durch. Ja, der hat einfach nichts. Ja, schau! Ja, schau! Oh! Ey, wir haben alle! Ey, wir haben alle! Ja, boah. Ja, boah. Vielleicht habe ich jetzt das rausgeschnitten. Ich weiss es noch nicht. Man sieht es noch im Nachhinein. Ich habe ein bisschen gepiepsen. Ah, ja. Ich habe ein bisschen gepieps gehört. Das wäre mein Name gewesen. Ah, ja. Das wäre mein Name gewesen. Das wäre mein Name gewesen. Das wäre sein Reallife-Name gewesen. Oh, der bekommt wahrscheinlich... Der bekommt da noch jemand mit. Nein, nein. Vielleicht... In meinem nächsten täglichen Video von Broome bekommt das vielleicht noch mal mit. Hey. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich... Das habe ich... Oh, ich habe ihn umgebracht! Hä? Also, ich habe das Gefühl gehabt. Ah, nein, nein. Ich habe es bekommen. You gained 10 points for killing. Leon, X, D, Emon. Du bist fertig oder was? Nein. 6 Sekunden. Easy. Teil dir einfach so. 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 Du könntest einfach mehr rauskommen. Der ist gut, hey. Geh, geh. Ich habe gewonnen. Ich weiß nicht, was die Besten. Also, du weißt schon. Du weißt schon, du weißt schon. The best secret is round with zero kills. Du weißt schon, der ist schon abgegangen, hey. Props an Däger. Ja, hey. Auf jeden Fall. So. Und das... Wo bist du? Bist du in der Lobby im Ort, oder was? Eben... Uff, ja. Also... Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Gibt es hier Lobby oder Selection auch nicht? Jetzt schwingt man. Du hast auch eine Weizenmüsse. Du hast auch eine Kutzenmüsse. Du hast auch eine riesige Wichs. Du hast auch eine riesige Wichs. Eben... 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 Tchao. Und bis zum nächsten Mal. Und, bis zum nächsten Mal. Evenлять! Tschüss.